... und du fährst 120. Sonst kommen wir zu spät zur Party. Und sieht hier eh kein Mensch. Oh, scheiße. Oh, nee. Und ich habe gesagt, fahr nicht zu schnell. Jetzt rück dich nicht so auf, ich komm da schon irgendwie raus. Guten Tag. Guten Tag, Engels, allgemeine Verkehrskontrolle. Dürfte ich mal Führerschein und Fahrzeugpapiere sehen, bitte? Er ist an der Kreuzung da hinten in mein Auto gesprungen und dann hat er mich mit der Waffe bedroht und immer wieder gerufen, fahr schneller, fahr schneller. Und als er sie gesehen hat, hat er die Waffe ganz schnell rausgeschmissen. Ich habe so... Ganz ruhig. Aussteigen. Und ich will die ganze Zeit deine Hände sehen. Raus. Ah, Koi. Ich habe doch gesagt, ich komme hier raus. So, Freundchen, aussteigen. Moment, ich kann das alles... Ich habe gesagt, du sollst aussteigen. Ganz ruhig, Freundchen. Schön unten bleiben, Freundchen, ja? Sabine, du, ich wollte nur sagen, bei uns könnte es ein bisschen später werden. Und das Klaue? Fasten wird mal wieder nicht fertig. Ja, du, sag mal, könnte ich zur Not auch alleine kommen? Nudelsalat, ich dreh durch.